Keine Ahnung. Boah, sind da drüben viele. Bum 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 bum. Ich steigere erst mal die Frameräte und eliminiere die da drüben. Wenn ich sie dann treffen würde. Die treffen mich natürlich, ich sie nicht. Komm, sterb. Okay, helf, nimm mal mit. Und Helme, Helme, Helme setzen wir immer auf. Oh, hä? Kommen wir denn jetzt her? Egal. Wir drücken den Schalter. Push the button. Äh. Äh. Ah. Ha, 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 ha. Ho, 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 ho. Hi, 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 hi. Launch. Oh, nicht schön, nicht schön. Ja, das kann ich wirklich gebrauchen. Noch eins. So, weiter geht's. Das war jetzt mein letztes. Nehmen wir das da noch mit. Oh, 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 da ist noch eins, da noch eins. Nehmen wir auch noch mit, gut. Jetzt haben wir alle, der ist zu weit weg. Gehen wir also da weiter. Da lang, da längs, da längs, hier längs, nein, da längs, da längs. Ich schieß ich mir jetzt da weg. Ihhh. Ihhhh. Ich schieß in den was. Ich muss da vorne drücken. Taktik hat's nicht bewährt. Ah, bleib halt da! Waaah, bleib halt da. So, Backpack of Ammo brauchen wir immer. Hopp, hopp, hopp. Uhhh. Um, um, um. Ähm, 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 ach ja, komm, also nochmal, rauf, pii, tschuk, ähm, 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 hopp, auf, rauf, lass mich rass, ja, ich bin so, so, so unglaublich gut und so, ne, auf jeden Fall ganz toll, ganz toll, ja, ja, ich bin von mir selbst absolut überzeugt, hast du mir inzwischen auch lang genug eingeredet, dass ich toll bin, haha, ich hab's einfach drauf, man kann's nicht anders sagen und dafür bin ich jetzt hierhin, okay, okay, hat's voll gebracht und, wup, es leckt gleich, hat ich das Gefühl, mal eine neue Aufnahme starten, vielleicht wird's dann besser, kann bei Frebs eh nie schaden, Speichern kann auch nicht schaden, hopp, 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 aufwärts Und wir wollen, wir wollen in den Teleporter Hm, vielleicht, auch nicht Habe ich gerade umgestiegen, ich will doch nicht da rein Nein, das ist ein Medkit Ach ja, komm Aufwärts Das ist ein Befehl Uh, meine nähere Überlegung will ich doch nicht hier rein Komm, stirb schon Verdammt, wie viel Sinn das Und ich höre eine Spinne, höre ich da eine Spinne? Ich hasse Spinnen Habe ich glaube ich auch schon zwei, dreimal erwähnt Oh, jetzt sterb doch einfach Buh, haha, ja, es ist eine Spinne Und, mir geht's erstaunlich gut Wirklich erstaunlich gut Jetzt müssen wir doch die richtige Waffe finden Ja, klar, von der Hüben Ganz toll Nimm das So, Health 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 ist immer gut Und ich nehme den Raketen einfach Leg den Schalte um Und Kann nicht mehr in den Teleporter gehen Aber ich kann hier den Blauen Und ganz schnell in den Teleporter laufen Ha, ich bin wieder am Eingang Ne, was für den Bersergemodus auf Der ist zwar totaler Mist, aber er gibt mir wieder volle Health Und volle Health ist immer gut Und ich sehe den roten Schlüssel Und Gegner Noch mehr Gegner Boah In der letzten Welt habe ich mir Gegner wünscht Nein, in der vorletzten HUUUH Genau, alle Was mache ich schon wieder für komische Geräusche, oder? Ja, ich war doch Boah, wie komme ich da hin Wie komme ich da hin Boah Traum Megasphäre Blaue Rüstung Oh Ich habe so dummerweise keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll Okay, wir nehmen erstmal Energie auf Munition Health Health Okay Munition Nein, das sparen wir uns auf Na, vielleicht kann ich da rüberspringen Ah, nö Hey, bin ich da nichts gelandet Boah, geil Da, schön auf Ha, ha, ha Volles Bug-Using betreiben Ach nein, Moment, ich bin unverwundbar Das muss man ausnutzen Boah, man sieht alles so merkwürdig, wenn man unverwundbar ist Volle Drogen-Triptor Und ich bin gleich nicht mehr unverwundbar Schlecht, weil ich mitten in der Lava stehe Umgeben von tausenden von Gegnern Ach, komm Na gut, es sind keine tausend Nur 520 Ach ja, dann hau doch ab Lass wir den Munition leerschießen Okay, wo bin ich denn jetzt Wo bin ich jetzt hingesprungen Keine Ahnung Oh, ho, 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 checkpot Ich habe schon gedacht, der Boden bewegt sich Verdammt, ich stehe über den Abgrund Ah, ha, ha, ha Nein, Moment, da, dann muss man Muniz Nein, ich will erst die Munition Die Munition Was zur Haus hier Helme Brauchen wir schon wieder Ach, gerade eine neue Uniform ist angezogen Und ich brauche schon wieder Helme Was ist da noch so? Raketen Eine Rakete Und was zur Hölle? Immer noch das Mist hier Wart nur, wenn ich herausfinde, wie ich zu dir hier komme Ich komme zu dir hier und töde ich Ich weiß noch nicht wie Äh, Rotke Was war das denn jetzt? Ey Schlag mich nicht, du Kack Ey, ja Zwei Kilometer Entfernung wirft dir noch so präzise Und, ah, ich wollte da gar nicht runter Noch nicht Oh, ihr gebt mir auf die Nerven Stirb Komm her Komm her Komm zu Papi Ah, Papi hat dich Liebe Oh, ich habe keine Raketen mehr oder was? Nein, Moment, hä? Aber ich kann jetzt so mal wieder Oh, ich habe keine Munition mehr mit der Strohflinde Das ist schlecht Dabei finde ich die Strohflinde noch so toll So Tochol Oh, holl Brumm, 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 brumm Aufwärts Scho, 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 scho Oh, es lebt noch, es lebt noch, nochmal Yeah Schalter 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 Wieder irgendwo hin, wo ich keine Ahnung hab, wohin Äh, hä? Keine Ahnung, warum da jetzt ein Teleporter an der Tür ist, aber egal Ich Hey Du warst so der Typ, der so nicht rankam Und Oh, geh weg Du hast Mundgeruch Schalter Hui Jawohl Töten wir die noch, töten wir sie noch, töten wir Was? Was zur Hölle? Oh nein Nein Wir werden sie nicht töten, wir werden einfach gar nicht schnell vorbeilaufen Ich habe nämlich gerade gesehen, dass Mr. Stierkuh auch anwesend ist Und den mag ich nicht Sonderlich